Ahhhhh Also ich muss da nicht noch mal mit der Part überhaupt kein Problem Ich hab nur Problem Bei mir rendert gar nix und die Karte ist ähm, erkennst nix von Auf Das stimmt fast nicht. Bei mir hängt der... Ja, bei mir hängt es auch gerade. Ach, weil die Server... Die Server ist abgestürzt. Läuft. Bei mir schwimmt einfach ein Fisch in der Luft. Das ist normal in Arcos. Das kann auch passieren, wenn die Server nicht abläuft. Ja, der schwimmt bei mir übers Land. Gut, der starrt zwar jetzt wieder, aber... Hä, älter Meganein. Hallo. Das heißt, neu inlocken. Ja gut, wie lange streamen wir noch? Eine Stunde. Reihe bis neun. Also ich habe in der Zeit... Dings kann ich stehen immer von 18 bis 21 Uhr. Aber im Endeffekt wird es uns überlassen. Ja, mir ist egal. Wenn nur, weil bis wir jetzt schon mal hingelockt sind. Es ist noch genug Zeit zum Tschüss sagen. Ich bin arg raus. Du bist arg raus? Ja, ich bin ganz arg raus. was wollte ich das heute muss so ziemlich alles funktioniert müssen beide zu sehen du bist gut zu hören ich habe dir eine resource map geschickt ja deswegen mache ich mich da schlau ich bin selber mal vtahe ja ich war da ich war da ich 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 Die Krashen wird gut. Warte, er hat auch bei mir Zeit an, ist er da an? Ja, jetzt ist er auch da. Ich hab keine Ahnung, wo bitte ich mich? Ja, jetzt stehen die Buffon-Fiecher und die Chaos-Fiecher direkt vor der Haustier. Ne, in der Höhle. Wir haben unsere Dinos komplett gebringt und unsere Dinos sind zu Dämonien-Piechern geworden. Steht Dämonien-Piecher direkt vor der Diomarkt, hallo! Hallo, mein Name ist Sisi. Ja, wer bist du denn? Wer sind du denn? Ich mag Züge. Ich hab das gefühlt, wenn wir sie irgendwie Fimo-Joghurt nennen. Warum? Nur wenn wir ein anderes Holzhelmchen nennen. Ja, weil man dann sagen könne. Der Herrliche Joghurt oder äh... Joghurt der Ernächtigen. Joghurt der Weise. Spürst du den Saft? Allmigurt steht nicht für die Mark, sondern für Allmighty-Joghurt. Möge das auch bitte sein. Möge das auch bitte sein. Möge das auch bitte sein. Ja, ja. Ja. Man kann aber erinnern, dass es wird halt. Ja, ich weiß gar nicht mehr damit. Wie gesagt, wenn die in der Höhe da anfangen, rumzuzicke, schickst du keinen runter. Ja klar. Wanns noch? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Schmeidert, schmeidert. Wenn ich nicht den Kittel will, hab ich gemerkt. Das ist richtig. Ja. Ach, die Tritt, die steht so. Warum stinkt die? Ich schick. Ja, stinkt. Ja, mein, mein, mein Vibrillator. Ja, mein Vibrillator, die Braune rumkugeln. Die Tritt ist doch. Wo ist Richtung Urin? Ja. Nichts. Mhm. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Er, wenn er da ist, dann... Bemstreich. Das ist schon schwer, nervig. Oh! Oh! Wir sind alle schon fahren. Wir sind tot? Nicht. Wir sind anscheinend irgendwo geflogen. Ja. Vielleicht fliegen wir hier jetzt irgendwo Featherlights rum. Ich bin gespannt, wo es mich hin verschlägt. Ich kann nicht nur mit Pausen. Ich will mal kurz ein Akentaris abholen. Ich bin doch jetzt mit Naromotor dran. Ja. 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 Der Drang, dieses Alpha-Ei aufzuheben. Dieser Drang, das Bett aufzuheben und neu zu platzieren. Da sind zwei Betten. Sieht das Bett aber... Na, stelle. Von mir waren zwei Betten. Der guckt wahrscheinlich, weil das Alien so cool ist, ne? Wird nur ein Sancti. Wie gesagt, dass Anna wahrscheinlich so cool ist. Weil ich hab den Dimitri nicht... Oh, zwei Betten. Kannst du als Andere benutzen? Können sie wohl jetzt dicht bei, Anna? Moin, Ben! Könntest du bitte mal Sitz machen? Na, noch mal Malen. Keinudes insuhראל. �전her Ich wollte mal diesen Mavings weg, bis zu schnell wieder sein. Was? Ja. Fum... Komm, ich kümmer damit, ich kümmer damit, ich kümmer. Oh jey, da sind zwei Creed-Haus-Teile. Wolltest du nicht übertreiben hier? Du weißt, wo ganz viel Kristall ist. Wo dann? 79, 47. Ja. Ne? Und das ganze Ecke voll. 49, 47. 79. Ah 79, 47. Keine Warte, die Kirsche, die Harte, die Harte. 79, 47. Ja. Machen wir da mal. Gehen wir da mal gucken. Oh, das ist ganz so ehrlich. Und drei Tage mit der Marge mit der Paar. Hey! Wenn ich wüsste, wie ich bei diesem verkalkten Server die Game-Innie instelle. Ich glaube, es gibt Mods, die können sich das, also kannst du das nach hier machen oder so. Kannst du schon. Das ist eine Klimaanlage. Stalker war mit. Ja. 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 Ja.